und damit willkommen zurück zu pokémon schwert was ist das denn da hier ein kleiner vogel aber wir gehen also weiter wir treffen auch was neues klunket wer ist das denn wir werden sehen ach du scheiße gleich wo er nicht Lel 13 erreichen. Cloncat. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Hey, das wollen wir sehen. Peter. Alter, wie der aussieht, ey. Botogel. Der hat keine Chance gegen uns. Geschenk. Hm, wie lustig. Der Postbote. Peter. Hat verloren. Wollt ihr den Lel 14? Aha, du hast verloren. Was ist denn das denn? Ein Camp. Arena Bäre. Das machen wir später mit dem Camp. Noch ein Trainer. Let's fight. Finn. Der Schüler Finn. Und da müssen wir das denn. Irgendwie komisches Vieh. Hä, hä, hä. Hä, hä. Oh, sehr effektiv. Scheint vorne zu sein. Lel 18. Hey, das Vieh ist auch cool. Käfer-Trotz. Spätsangriff gesenkt. Und da kommen die Verwirrung rein. Sau stark. Oh, hat's gar gar gereicht. Nice. Micropflücker. Wir machen am besten mal. Klauenwetzer raus. Und gucken, wie sich die Attacke verhält. Schutzschilder anbringen. Check, Knopsy Finny. Du hast schlechte Pokémon bei dir. Superdrank. Eingang zur Gala Miene 1. Wir brauchen noch ein starkes Feuer-Pokémon. Für die Pflanzen-Arena. One-Hit wieder. Ab in die Mine. Oh, danke fürs Heilen. Gala Miene 1. Oh, geil sieht das aus hier. Nice, oh Baby. Sternstück gekriegt. Hier funkelt und klitzert alles. Beleber. Geil. Na, da los. Auf ins Folien, Kollege. Arbeiter Dörke. Kräfte an. Kiesling. Aquarelle los. Keine Chance Kiesling, mein Freund. Waffler-Rachel 14. Keine Chance Kiesling, mein Freund. Ja, Peschkörper. Wo geht's da hin? Wo geht's da hin? Warte 3, hä? Ach, dann auf geht's. Fels-Wurfe gekriegt. Fels-Wurfe gekriegt. Bälle können wir immer gut gebrauchen. Das ist noch nen Trainer. Ja, scheiß. Ah! Scheine. Er hat mich gesehen. Oder sie hat mich gesehen. Praktibalk Da wechseln wir mal Strange Zu Maiko Oh Steinwurf, scheiße Das war sehr effektiv Jawohl, hab gereicht, sehr gut Sogar gequittet Schauf mir nur eins, Maiko Alle 14, ey Nein, 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 nein Nein, 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 nein Schade, schade aber was Ah, wir haben noch ein Voldy Biss Tegel Das hier kann immer noch Steinwurf, ey Das Praktibalk Jawohl, ist down Ähm, ne, das ist ein scheißer Sager Noch eins. Los, Kami-Hams, du machst es. Hat dir denn bestimmt vier oder fünf Pokémon gehabt? Immer nur so viel. Fusskrieg, Aalba, jungen. Nice, es ist Vieh, ey. Ah, wir werden gewinnen. So, geschafft. Zieh, Viecher, ey. Tränen-Drüse. Ne, das brauchen wir doch nicht. Eigentlich ist die alte B.G. Grimasse gefunden. Oh, nicht schlecht. Ja, das ist ein Wildes. Jetzt fangen wir uns gleich. Wenn es überlebt, heißt es. Ähm, nee. Die Miene ist nice, hier. Ein Dick da. Granitstein. Na los, komm, zeig her, was drauf heißt. Steige an, ist viel. Viel, hä? Dick da. Bill ist viel. Alles, one hit, easy weg. Rotor Morf kommt ja jetzt. Der kleine Maulwurf. Das ist alles worden hier. Da überlebt nichts. Aber was geht denn da unten alles ab? Was ist denn das für ein Vieh? Geil. Kommt das nochmal wieder? Willst du etwa hier durch? Bei mir kommt kein Trainer vorbei. Was für ein Spinner. Hier ist ein Trainer. Let's fight. Emil. Clunkhead. Aquabelle los. Easy, Junge. Nur ein Tor. Alles One-Hit. Nein, ein Diktar. Ah. 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 da zusammen gehauen was ist das für ein fiel ach du scheiße Wir sind das auf Fatzke. Hä, mach wie armselig. Ach du Scheiße, let's fight. Pettys. Ach du Scheiße, das ist von Typsych oder das Vieh. Oh, siehst du, easy one-hit-shot. Nicht lernen, nein, 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 nein. Okay, doch. Noch eine Attacke gelerntes Vieh. Wie viel denn noch älter, Junge? Ach du Scheiße, das wurde mal krasser mit den Vieh. Ah, noch Spass, Kanone, ey. Und tschüss. Prima Voa. Oder wie heißt das Vieh? Was heißt so dann bestimmt hier, hä? Konfusion. Übel, übel, übel. Nein, nicht lernen. Fatzke wurde besiegt. Wer ist das zum Geil? Genau. Was ist das für ein Typi? Was ist denn das für ein Vieh, Alter? Ja. Ich will es haben, ich will es haben. Ha, was ist das, ey? Waggon. Das fangen wir uns. Okay, das sollten wir noch mal ein bisschen üben, hä? Du Scheiße, alles one-hit. Freunde, nächstes Mal geht's weiter. Also bis dann, mach's gut und... Tschaui.